Hallo zusammen, ich möchte alle noch einmal herzlich zum Schargel Brass Festival einladen. Das findet vom 9. bis 13. Juli im schönen Melk an der Donau in Niederösterreich statt. Notzelbrass wird am Donnerstagabend ein Konzert geben und ich werde am Freitagvormittag einen Workshop geben zu Themen, die alle interessieren. Atmung, Höhe, Ansatz, Ausdauer. Alle, die am Nachmittag zu mir kommen wollen, können dort auch noch Privatunterricht oder Einzelunterricht haben. Voraussetzung ist allerdings, dass man Vormittag im Kurs war. Und außerdem wird noch meine neue Trompete vorgestellt. Ich freue mich wahnsinnig, dass sie fertig ist. Sie spielt sich extrem gut. Es macht wahnsinnig Spaß, da mitzuspielen. Der eine oder andere, der sich dafür interessiert, kann die am Festival natürlich sehr gerne anspielen, ausprobieren und mich dazu natürlich auch befragen. Ich freue mich auf euren Besuch und bis dahin. Ich freue mich auf euren Besuch und bis dahin. Untertitelung. BR 2018